Liebe Campervan-Enthusiasten, es ist soweit. Fast ist es soweit. Der Caramel Salon wird öffnen und wir haben schon unseren Spezialisten von Carthago hier und er wird uns die Neuigkeiten von Carthago und von Malibu vorstellen. Wir sind ganz gespannt. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Sehr, sehr gerne. Ja hallo, ich bin der Andreas Marein. Ich bin vom Carthago Center West in Altenhofen bei Aachen, also gar nicht so weit weg hier von Düsseldorf. Ich habe jeden Morgen 30 Minuten Anfahrt, aber dann bin ich hier für Sie bereit und bin mal gespannt, was wir uns jetzt hier alles anschauen und du wirst uns ja hier durchführen. Ja, ich versuche mal mein Bestes. Also ich habe gehört, dass hier ganz besondere Fahrzeuge, die ultra cool ausschauen, wenn wir mal da rüber gucken, die von unten rot beleuchtet sind. Die haben so einige Schmankerl, sagt man im Bayerischen immer. Also der C-Line hat ja dieses Jahr im Modelljahr 22 von Carthago die meisten Neuerungen bekommen. Diesjährig ist der eben auch auf dem 3-Achser erhältlich, also der 6.2er und der 5.9er. Als 3-Achser ist schon ein Highlight dieses Fahrzeugs anzuschauen und dann gibt es von innen einige Neuerungen und es gibt natürlich dann auch, ich sage mal, noch mal eine neue Stilwelt im Fahrzeug und das schauen wir uns gleich in den Innenraum einfach mal an. Sollen wir mal rüber gehen und schauen uns den einfach mal von der Seite halt einfach an. Hier haben wir jetzt schon als erstes den C-Line 5.9 XL stehen. Das heißt, das ist die Variante mit dem Einzelbett drin, auch als 3-Achser. Man hat innen drin eine schöne lange Sitzbank und hinten halt dann die Einzelbette. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal zu dem Fahrzeug rüber, vielleicht von der Seite hier, dann kann man den im gesamten Profil schön sehen und sieht auch schön so die Nase hier vom Mercedes-Benz. Der ist so ein bisschen ausgearbeitet, der Sprinter gegenüber dem Ducato. So ist er auch schon von der Silhouette für den Kenner auch gleich als Mercedes-Benz zu erkennen. Ja, dann marschieren wir direkt mal rein. Genau, das ist jetzt hier C-Line 6.2 XL. Wir gehen jetzt aber gleich reinschauen uns das im Innenraum nochmal an. Und hier siehst du halt schön, das ist die Queens-Bett-Variante. Lass uns mal reingehen, dann schauen wir mal. Das Auto strahlt sofort in der absolute Gemütlichkeit aus. Auch von der Qualität, die Haptik, was man jetzt nicht mitbekommt am Bildschirm. Aber dafür sind wir ja da, dass wir so ein bisschen hier austesten. Ganz genau. Also ich sag mal, wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, Haptik, wenn man hier die Lederpolsterung anfasst, ja, auch die Ergonomie von den Sitzen, wie das ausgearbeitet ist. Das heißt also, hier findet man wirklich eine sehr bequeme Sitzposition und auch die Möbel, die hier halt hier verbaut sind. Wir legen ja extrem großen, wertoffenen, gescheiten und soliden Möbelbau. Da sind vernünftige, echte Metall-Jarniere drin. Und wenn man so eine Klappe einfach mal zumacht, alleine dieses Klangbild, wie satt das ist, da merkt man schon, hier ist unheimlich viel passiert, damit halt eben hier so viel Stabilität in den Möbelbauer reinkommt. Die sind ja ineinander versapft und nicht einfach nur geschraubt. Und so sind die Möbel quasi in sich schon, tragen die. Und ganz zum Schluss werden erst die Seitenwände und das Dach halt aufgebaut. Das heißt, da quietscht und wackelt dann auch nichts während der Fahrt und es ist kein dauerndes Geknatsche wie bei manchen anderen Fahrzeugen. Ja, also mit dem Nichts, sage ich immer, das ist immer so bei Wohnmobilen. Ich sage jetzt mal, ich glaube, wir haben das auf ein absolutes Minimum, ganz sicher sogar, reduziert bei Carthago. Also, ich sage immer so, ein Wohnmobil ist eine fahrende Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Es wackelt, rappelt und zittert halt. Und wir versuchen dann halt wirklich, das so zu minimieren, dass es, ich sage mal, auszuhalten ist. Weil der Kunde, der zu uns kommt, der ist schon Premium nicht nur im Reisemobil gewohnt oder erwartet Premium, sondern der kommt meistens auch mit einem Fahrzeug aus der Premium-Klasse zu uns gefahren. Und das will er natürlich im Reisemobil auch wieder finden. Das ist ja ganz klar, da möchte man keine Abstriche machen. Neu beim C-Line jetzt in 2022 ist, wie ich schon eben mal gesagt habe, alle Fahrzeuge haben jetzt diese 63 cm breite Aufbautüre drin, die sind also um 5 cm gewachsen. Und der C-Line hat jetzt hier halt diesen erhöhten Bartresen oder viel mehr Küchentresen halt drin, schön mit der Arbeitsplatte hier oben nochmal mit eingearbeitet. Dann hat man hier dieses berühmte Küchenspül-Abdeckbrettchen, was ich dann hier rausnehmen kann, kann das hier einhängen und so habe ich hier nochmal ein bisschen eine Arbeitsplatzerweiterung. Und die Kaffeemaschine, die vorher hier in so einem Lift gehangen hat, die steht jetzt hier an der Seite und kann hier rausgezogen werden und dann wieder reingeschoben werden. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass dieser Schrank, der da drüber liegt, hier nicht mehr diesen Auszug von der Kaffeemaschine mit bevorraten muss. Und ich habe hier halt eben wesentlich mehr Stauraum an der Stelle. Dann hast du hier noch jetzt diesen Bartresen. Ja genau, diese Vitrine, die ist halt neu designed worden. Das war vorher immer so ein bisschen aufdringlich, sage ich jetzt mal so. Das war nicht jedermanns Geschmack, aber das ist jetzt schön hier im Möbelbau implementiert und ist nicht mehr so erdrückend dann. Sehr schön. Das ist ausgelegt dafür, dass man wirklich so zu bequem, zu sechst auch hier Platz haben kann, wenn man gemeinsam ist. Genau. Wir sind ja jetzt in so einem XL-Grundriss. Dazu muss gerade gesagt werden, der XL-Grundriss. Du siehst, da liegt noch eine Folie drin. Die sind also noch voll im Aufbau. Klar, natürlich. In der Dekophase. Also das ist jetzt nicht so das Endfinish, wie unsere Messebesucher dann am Morgen geht der die Messe auf, am Freitag die Fahrzeuge vorfinden. Das heißt, der XL hat im vorderen Bereich eine größere Bank, also diese Seitensitzbank, wo du jetzt stehst. Die ist halt wesentlich größer, fällt die aus wie bei den Zweiachsmodellen. Der Dreiachse hat natürlich klar viel mehr Platz halt. Und so kannst du hier auch wirklich bequem mit sechs Personen sitzen. Und der Tisch, der hier vorne ist, da unten ist so ein schwarzer Knopf. Lässt sich noch ausziehen. Nee, guck mal, dieser Knopf auf der Herde, da trittst du einfach drauf. Und dann ist der Tisch halt los. Und dann kannst du dir, wie du möchtest halt, in allen Himmelsrichtungen bewegen. Und wenn du den Knopf loslässt wieder, dann ist der wirklich total fest. Cool. Genau, und dann gleich hier hinter der Sitzbank ist ein 40 Zoll TFT-Monitor verbaut. Und den kann ich halt hier dann elektrisch rauf fahren. Der kommt dann mit so einem Schneckenantrieb, wird der hochgefahren. Schnecke ist Programm, der ist jetzt nicht so turboschnell da raus. Ja, das ist für genügend Wow-Effekt. Genau, also 40 Zoll, ich sag mal, das ist schon echt ein Brecher im Reisemobil. Aber da habe ich so ein richtiges Heimkino halt. Genau, dann haben wir ja bei Carthago in allen Reisemobilen jetzt den Dometic 10 Kühlschrank drin. Der hat ja eben diesen Vorteil, dass du halt den Kühlschrank zu beiden Seiten öffnen kannst. Das heißt also einmal so und einmal halt so. Du bist eigentlich völlig egal, wo du jetzt gerade stehst. Du kommst immer vernünftig an deine Sachen halt dran. Der hat die sogenannte Tech Tower Variante hier drin mit dem Backofen, der hier oben noch drin verbaut ist. So kannst du morgens deine Brötchen oder mal eine Pizza da reinwerfen und hast dann deinen Backofen dabei. Ganz schön bei dem Grundriss hier, bei dem 6-2er, also diese Queenspit Variante, da hast du so einen dicken, hohen Apothekerschrank. Da holt man dann immer die Damen ab, die sind dann total begeistert. Oder wer Gewürze liebt, der liebt das natürlich. Öl, Essig, Gewürze, eine Flasche Wein auf 3-4, die passen da locker rein, das ist überhaupt kein Problem. Wobei für vier Flaschen Wein fahren wir jetzt gar nicht los. Aber gutes Stichwort, wenn du nochmal ein Schrittchen zurückgehst. Hier haben wir in der Bildenklappe, die Carthagos haben ja alle quasi diesen Doppelboden drin, also ich sag mal diesen Kellerstauraum. Und du siehst hier, wie tief das da reingeht, auch nochmal hier richtig runter. Also hier könnten wir jetzt genug Wein oder auch nicht alkoholische Getränke verstauen. Und dieser Doppelboden, das ist ein sogenannter Klimaspeicher-Doppelboden, so nennen wir den bei Carthago. Warum? Weil der wird komplett beheizt, hier sind Heizkörper verbaut, das ist also überall im Fahrzeug. Und dieser Zwischenraum hier zwischen der Grundplatte und der Bodenplatte, auf der wir laufen, die wärmt sich auf. Also dieser Zwischenraum wärmt sich auf und damit auch zwangsweise logischerweise die Laufplatte, auf der wir laufen. Und wir haben halt eben dadurch einen Fußbodenheizungseffekt. Klar, diese Strahlungswärme gibt dann irgendwann die Bodenplatte nach innen ab. Und so haben wir also wirklich im ganzen Fahrzeug eine schöne und mollige Wärme drin und keine kalten Füße. Und die ganze Technik, also Abwassertank, Frischwassertank, alles was für uns halt so wichtig ist, wo wir sagen, da soll kein Frost dran. Das liegt genau in diesem Zwischenboden drin. Und damit ist ein Carthago nicht nur, ich sag mal, winterfest. Winterfest ist heute fast jedes Wohnmobil. Aber der ist im Winter auch behaglich zu bewohnen bei minus 15 Grad oder so. Genau. Ja, wenn du noch was zur Küche erfahren möchtest, aber du hast eben gesagt, du stellst Fragen, du stellst gar nicht so viel. Ich wuhle ja noch. Also ich sehe so die schönen Details und vor meinem inneren Auge gehen die Filme schon los. Ja, wie man hier anfängt zu kochen, wie man den Backofen genutzt. Ja, natürlich. Aber wenn das tatsächlich... Die Gans sehe ich noch nicht da drin. Also ich habe mal ein Video mit meiner Enkeling gemacht, ein Weihnachtsvideo. Da sollte da eine Weihnachtsgans auch rein. Die passt ja natürlich nicht da rein. Nee, da muss man Weihnachten die Beine nehmen. Das geht dann auch. Da sah man, dass ich dann schlecht vorbereitet war. Nein, aber das ist genau, wenn ich jetzt gerade bei dir genau das ausgelöst habe, dass du Bilder im Kopf hast, dann haben wir ja eigentlich alles erreicht. Am Ende des Tages sage ich immer, ein Wohnmobil braucht eigentlich kein Mensch. Das ist eine pure Emotion, die man hier kauft. Man erfüllt sich damit Träume und möchte damit, ich sage mal, irgendwas am Ende des Tages umsetzen, was man halt so im Kopf hat. Und dafür ist halt ein Wohnmobil, ich sage mal, der ideale Begleiter. Ich sage mal, unabhängig von irgendwelchen Störfaktoren, die eine Urlaubsplanung, ich sage mal, unsicher machen, kann ich mit dem Reisemobil schon, ich sage mal, relativ unabhängig meine Urlaubsplanung vornehmen. Und kann sagen, okay, wir fahren in das und das Land, okay, jetzt geht es aus irgendwelchen Gründen nicht, dann geht es halt woanders hin. Ich kann Alternativen halt schnell suchen. Gebucht ist gebucht mit dem Flieger und dann stehst du doof da. Und ich glaube, das ist auch im Moment, was so ein bisschen den Trend in unserer Branche macht, das Unabhängige. Ich habe im Grunde genommen ja meine, ich sage jetzt mal, Eigentumswohnung dabei. Ich habe hier eine Dreiraumwohnung, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, was wir uns gleich noch anschauen. Und Schlafzimmer und bringen das mit an den Urlaubsort, da bin ich, also ich sage mal, schon relativ gut unterwegs. Absolut, ja. Küche, zu jedem guten Urlaub gehört ein gutes Essen und eine gute Küche. Wir haben wirklich riesengroße Schubladen halt hier in den Fahrzeugen drin. Diese Schubladen haben auch alle diesen Softclose, die kannst du ruhig so zuschmeißen. Und das gibt kein Geplatsche oder sonst irgendetwas, sondern die haben halt den Softclose und ziehen sich dann von alleine zu. Ja, wenn du magst, schauen wir uns jetzt mal den Wellness. Badezimmer, genau. Also hier haben wir den Wellnessbereich. Der Whirlpool passt noch nicht rein. Ja, platztechnisch vielleicht schon. Es ist ja wirklich ein echtes XXL-Badezimmer, muss man sagen. Aber ich denke mal, da kriegen wir dann auch mal irgendwann ein Gewichtsproblem, wenn wir jetzt hier so 1500 Liter Wasser an Bord haben müssten, um den Whirlpool zu füllen. Da kommen wir also so ganz gut zurecht. Also wir haben hier eine getrennte Dusche und ich denke mal, die ist auch für so Funzkerle wie mich mit 1,82 Meter. Auch 1,84 Meter. Du bist 1,84 Meter, ja gut, okay. Also das passt auch gut rein, aber eben auch die... Und man kann auch aufmachen. Genau, da ist eine Kleiderstange drin, da kannst du deine Jacke, wenn du vom Wandern kommst, es hast geregnet, oder Skiklamotten aufhängen zum Trocknen. Radklamotten. Radklamotten, sorry, du bist ja der Weike. Geh nochmal bitte gerade in die Dusche, ich kriege kein Wasser auf, keine Sorge, aber du hast die Möglichkeit eben, dafür brauchte ich gerade den Raum hier. Hier ist nochmal so eine Trenntüre drin und die kann ich eben hier nochmal vorschieben und so habe ich halt die Möglichkeit, kann vorne das Fenster alles offen lassen, vorne wird das Frühstück beispielsweise zubereitet und dann kann sich hier hinten einer ganz in Ruhe zurecht machen, duschen, frisieren, anziehen. Ich habe also hier nicht nur ein großes Bad, sondern zur gleichen Zeit auch ein Umkleideszimmer. Und ich kann nochmal zum Schlafzimmer hin separieren, indem ich halt hingehe und hier nochmal diese Schiebetüre halt rausziehe, ist auf der anderen Seite auch nochmal eine. Und hier habe ich einen riesigen Spiegel. Genau, hier hast du einen riesigen Spiegel und so hast du im Grunde genommen jeden Bereich so, dass du den separieren kannst. Das Pfiffige ist, wenn man uns die Seite gerade nochmal anschaut, du hast hier deinen Fernseher hängen, jetzt hängt der ja rechts auf der Seite und du kannst jetzt, wenn du diese Wand raus siehst, fährt das Fernsehgerät mit raus und ist dann ganz mittig und du kommst hier oben über diese Kontaktschleifen, die hier sind, bekommt Strom und Antennensignal. Man glaubt es nicht, das funktioniert sogar. Ja, hier haben wir nochmal, klar, separate Toilette und die ist auch eben so, dass man da auch vernünftig drin sitzen kann. Du hast hier nochmal ein Beinausschnitt, das sind die Füße, die Beine. Also sogar Zeitung lesen auf der Toilette. Ja, genau. Mit einem Handtuch, Heizkörper, dann nochmal ein separates Fenster drin, Dachluke ist da oben drin. Was ich so schön finde bei der Queensbett-Variante ist halt, wenn man, ich sag mal, sagt, ich möchte mit meinem Partner in einem Bett liegen. Bei mir ist das halt so. Ich bin jetzt selber nicht so der Einzelbett-Fan, aber ist halt klar, 85% der Fahrzeuge haben Einzelbett, aber ich selber finde das Queensbett total toll. Du kannst halt rechts und links, hast du separate Kleiderschränke, wo du deine Sachen dann separiert einbringen kannst. Männlein, Weiblein oder Männlein, Männlein oder Weiblein und Weiblein, was heutzutage alles unterwegs ist, hat da eben die Möglichkeit da, wie auch da oder da, separiert die Wäsche einzubringen. Ja, super. Jetzt bist du ja, wie schon gesagt, Biker. Ich denke mal, die Bike-Garage interessiert dich auch. Natürlich, die müssen wir anschauen, ohne die geht es gar nicht. Das ist das Hechtigste überhaupt. Also, wo mir das uninteressant ist, Hauptsache Fahrrad kommt. Ja, dann, wenn du jetzt hierzu keine Fragen mehr hast zum Innenraum. Hier ist noch, den habe ich ganz übersehen, nicht übersehen, übergangen. Hier ist nochmal ein separierter kleiner Schrank. Und bei den XL-Varianten haben wir auch nochmal extra eine Fußbodenheizung, die dann nochmal, da unten sind diese Bypass-Ventile drin, da kannst du die nochmal regulieren. Wo nochmal hier im Badezimmer richtige Fußbodenheizungsschlangen durchlaufen. Und es hat natürlich eine Bettheizung. Da läuft also wirklich warm Wasser. Das heißt also, wenn ich zum Skifahren gehe, dann kann ich den wunderbar mitnehmen. Und dann ist es immer schön warm. Idealer Begleiter für alle Jahreszeiten. Wenn du magst, gehen wir nach draußen. Zu der Bike-Garage muss man natürlich eins sagen. Wir sind ja jetzt in dem 6.2, also in der klassischen Queen's-Bed-Variante. Die Queen's-Bed-Variante, wir wollen natürlich, dass der Kunde einen bequemen Einstieg in das Queen's-Bed hat. Und nicht, dass er mit einer Leiter da hochklettern muss. Das Queen's-Bed ist etwas tiefer gebaut. Das geht ja normalerweise zu Ungunsten der Fahrrad-Garage. Und jetzt schauen wir mal, ich habe jetzt hier noch nicht in die Garage reingeschaut, ob der die Option Pedelec-Garage hat. Und dann zeige ich dir mal, dass wir also ganz besonders auch an die Fahrradfahrer hier eine Lösung haben. Selbst bei Queen's-Bed kriegst du hier ein riesen Rad mit. Aber jetzt gucken wir mal, ob der diese Option hat. Ja, jetzt haben wir das Rad. Genau. Wie hoch ist das Rad? Weißt du es auf dem Kopf? Puh, ich würde mal sagen so 1,10 Meter mit dem ganzen Gehakel. Ja, 1,05 Meter. Das ist ja keine Herausforderung, da kriegen wir noch mehr rein. Nämlich bis zu 1,24 Meter. Hier haben wir jetzt so ein Fahrzeug mit Queen's-Bed und dieser sogenannten Pedelec-Garage. Der Clou ist, das haben wir uns patentieren lassen, du kannst jetzt hier halt dieses Teil einfach hochklappen. Und du siehst hier unten ist so eine Mulde eine drin. In der Mulde wird gleich dein Vorderrad stehen. Und zwar machst du jetzt bitte folgendes, du hebst dein Fahrrad gerade jetzt nur in diese Schiene hier rein. Ja. Diese Schiene ist auf Kugellagern gelagert und fährt jetzt, nimm es ja gerade an, und fährt jetzt halt nach hinten. Ja, das ist hinten arretiert bereits. Hier vorne, die kannst du so stehen lassen. Ja, wunderbar. Die Schiene müssten wir jetzt noch einstellen auf dein Rad, das haben wir jetzt nicht gemacht. So, und dann kannst du hingehen, kannst dieses Kopfteil hier wieder runterziehen und kannst dein Fahrrad hier mit diesem Trägersystem, kein Problem, kannst dein Fahrrad hier mit dem Trägersystem bequem befestigen. Ja. Ja, das ist gewaltig. Genau. Hier gehört normalerweise noch so eine Auffahrschiene mit dazu, die hat man jetzt hier auf der Messe nicht mit da reingelegt. Ich weiß nicht, ob die sonst vielleicht Füße kriegt, die sie normalerweise nicht hat. Deswegen ist die nicht dabei, die ist aber mit zum Lieferumfang dabei. Das ist natürlich eine Option, das ist nicht serienmäßig, diese Option per die Leck Garage, aber die kann man halt dazu bestellen, dann hat man das genauso, wie man das hier sieht. Und Fahrrad ausladen ist auch wieder easy going, hoch, machst hier wieder alles los, und dann klappst du das wieder hoch und nimmst dein Fahrrad wieder raus. Wie gesagt, normalerweise noch mit der eben erwähnten kleinen Rampel. Genau. Das ist jetzt die Nummer mit Queensbett und bei den Fahrzeugen mit den Einzelbetten haben wir natürlich von vornherein eine viel, viel höhere Garage. Können wir uns auch gerade anschauen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Sollen wir machen? Steht ja gleich hier neben. Ja, super. Sehr gut. Hier haben wir jetzt die Einzelbett-Variante. Genau, das ist jetzt in dem Fall der 5.9er, also auch Dreiachser, ist jetzt auch hier auf dem Mercedes-Benz ausgestellt. Gibt es natürlich auch als Fiat, gar keine Frage. Ja, und der 5.9er, sowie der 4.9er und 4.8er haben ja bei uns die Einzelbett-Variante drin. Und die haben von Haus aus eben einen höheren Betteinstieg. Gibt es eine Treppe davor, aber dadurch ist natürlich auch die Garage viel höher, ohne dass man jetzt hier mit so einer Pedelet-Garage arbeiten muss, also mit dieser Option, die wir da eben gesehen haben. Hier die Garagenhöhe ist dann direkt 1,20 Meter. Und da kriege ich im Grunde genommen eigentlich fast jedes Fahrrad von vornherein rein, ohne da jetzt irgendwo mit irgendwelchen, ich sag mal, Helferlein zu arbeiten. Die Garage ist übrigens auch mit bis zu 350 Kilo belastbar beim C-Line. Bei den großen E-Lines sogar bis zu 450 Kilo. Das heißt, da kannst du auch mal einen Motorroller oder so mitnehmen. Oder einen Motorroller und die Fahrräder. Das geht von der Sache her. Das ist überhaupt kein Problem. Vom Platz her geht das auch wunderbar. Was sehe ich hier an Technik ausgestattet auf der rechten Seite? Genau. Jeder Carthago hat hier hinten rechts in der Garage quasi die gesamte Zentralelektrik liegen. Da hast du dann halt eben den Sicherungskasten, komm her, den Sicherungskasten halt hier unten drin, die 12-Volt-Absicherung, dann 220-Volt-Schalter, FI, dann ist hier so ein Ladebooster drin, das brauchen wir heute bei den neuen Motoren, um die Aufbaubatterien auch noch voll zu kriegen. Und dann eben halt das Ladegerät. Und hier sind natürlich auch Steckdosen verarbeitet. Sehr gut. So dass, wenn du jetzt ein E-Bike hast oder so, dann kannst du das hier sicher in der Heckgarage vor Blicken und Dieben, kannst du das hier reinstellen, kannst das dann laden und es absteht abends oder nachts nicht draußen am Campingplatz oder Stellplatz oder so. Das heißt, am nächsten Tag kann ich sofort wieder aufgeladen damit losradeln. Genau richtig. Ich sage mal, die meisten Fahrzeuge in der Klasse, die bei uns vom Hof gehen, haben meistens schon einen Spannungswandler drin. Ist nicht serienmäßig, ist eine Option, wo du von 12 Volt 220 Volt machen kannst. Theoretisch kannst du, wenn du einen Spannungswandler dann an Bord hast, kannst du während der Fahrt ja schon deine E-Bikes laden und wenn du ankommst, holst du raus und hast sofort Reichweite, soweit das Akku reicht, sage ich jetzt mit Unterstützung. Ich habe mittlerweile auch ein E-Bike, aber ich bin dann jetzt auch in der Altersgruppe E-Bike angekommen. Habe mich lange dagegen gewehrt, aber irgendwann kriegen sie dich. Ja, so ist bei mir aber auch angefangen. Und dann sind die sportlichen E-Bikes gekommen und der Uphill-Flow und dann war es um mich geschehen. Ja, das war jetzt hier beim Zählein, sage ich jetzt mal, die Dinge, die ich jetzt glaube, die es lohnenswert sind, dir zu zeigen. Vielleicht würden wir noch einmal ganz schnell in den Supérieur reingehen. Den haben wir gleich hier vorne stehen. Der hat von innen drin auch nochmal das Holz und die Stilwelt komplett überarbeitet bekommen. Sieht auch sehr, sehr edel aus. Ist ein anderer, ich sage mal, Touch von der Optik her. Ja, du siehst, hier vorne werden gerade die Schulungen noch gegeben, sodass, ich sage mal, das Spirit of Cartago in jedem einzelnen Verkäuferkopf dann drin sitzt, damit wir dann auch, ich sage mal, über die neuesten Neuigkeiten informiert sind. Gut, das ist jetzt Superieur. Es ist eine ganz andere Geschichte halt jetzt. Das ist halt der 4.9, also auch eine Einzelbett-Variante. Gibt es ein paar Unterschiede innen drin, jetzt auch vom Grundriss her. Die Bank ist kleiner, kleineres Bad halt dementsprechend. Aber das ist ein Auto, relativ kompakt mit 7,50 Meter, wo ich alles habe, was ich brauche und das auf eine sehr, sehr angenehme und, ich sage jetzt mal, gehobene Art und Weise. Und noch knapp unter 3,5 Tonnen, wie ich sehe. Ja, also da muss man jetzt sagen, ja, das steht da. Den gibt es theoretisch, kann man den auch mit einem Leitchassis bestellen. Aber in der Praxis ist das Auto mit 3,5 Tonnen nicht baubar. Also es ist einfach, ich sage mal, unseriös jetzt zu sagen, ich verkaufe so ein Auto mit 3,5 Tonnen, der kann nichts mitnehmen. Also man könnte es vielleicht, ich glaube, und das geht es fast gar nicht, unter 3,5 Tonnen konfigurieren. Dann darfst du aber nur ein oder zwei Optionen nehmen und dann ist schon Feierabend. Aber dann fährt keiner mehr mit. Ja, das Supermodel. Ja, das ist super. Das ist leicht genug. Ja, genau, das ist leicht genug. Ja, wenn du willst, schauen wir mal kurz rein. Ja, natürlich. Ja, hier sind wir jetzt in diesem 4.9 Superieur drin. Auch hier gibt es eben halt Neuerungen, klar, Paartresen und diese Gläservitrine, wo wir eben drüber gesprochen haben, ist alles das Gleiche. Aber man hat hier auch noch mal den Elfenbeinbereich noch mal deutlich ausgearbeitet. Und der Kontrast mit dem dunklen Holz hier oben, das ist die Stilwell Sienna und dieser cremefarbenen Applikation lässt das Fahrzeug natürlich, ich sag mal, sehr, sehr edel daherkommen. Und dieses Fahrzeug hat eben jetzt auch die Option Skydream nennt sich das. Dann verschwindet das Hubbett im Auto drin. Du bekommst halt rundum laufend diese Dachstaukästen, wie du hier siehst, und zwei von diesen großen Häkidächern mit diesem Baldachin halt drin, der dann auch noch mal sehr schön beleuchtet ist. So hat der vorne schon, ich sag mal, ja, schon einen ganz dollen Charakter und unheimlich großes Raumgefühl, weil man eben unheimlich viel Stehhöhe bis nach vorne durch hat und hat nicht das Hubbett, wo man halt vorbeigehen möchte. Und du siehst eben auch im Heckbereich, läuft das alles schön mit dem Elfenbein durch, auch die Dachstaukästen hinten in den Ecken, die sind schön ausgearbeitet, hat so ein bisschen Yacht-Design. Auch hier hast du die Möglichkeit zu separieren, das ist so eine Doppelfunktionstür, die kann ich jetzt hier gegen machen und abschließen halt dementsprechend, dann hast du auch wieder dieses Zweiraumkonzept wie in dem anderen Auto auch. Ja, wow, was haben wir denn hier drüben eigentlich? Der Carthago hier ist ja völlig aufgeschnitten. Genau, ja, der ist völlig aufgeschnitten, weil im Modell Jahr 22 bringt Carthago ein ganz neues Cabrio, ne? Du siehst, das ist ein richtig kluftiges... Ja, genau, korrekt. Und ich schlafe auch draußen auf dem P1 in dem Auto hier. Show schlafen. Show schlafen, genau. Nee, Quatsch, Blödsinn. Das ist unser sogenannte Smog-Up. Hier können wir eben sehr schön diese Carthago Premium-DNA zeigen, das heißt, all die Dinge, die wir so im Prospekt zeigen oder die ich dir eben bei den einzelnen Fahrzeugen so gezeigt habe, die kann man hier sehr schön sehen. Das heißt, man kann genauso, ich sag mal, an die intimsten Stellen eines Carthagos hineinschauen, in den Doppelboden hinein. Ich sehe das Ring-Ankersystem, wie hier die Bodenplatte mit den Seitenwänden miteinander verbunden ist, wie das genau funktioniert. Ich sehe den Wandaufbau hier, ich sehe, dass innen und außen Aluminium ist, ich sehe, wie die Dachwände mit dem Dach miteinander verbunden sind. Du siehst ja, unser Dach ist ja quasi, oder vielmehr unsere Seitenwand ist ja an der Seite so eingeknickt und wird oben mit dem Dach halbündig eingeschlossen und hier wird nochmal so ein Metallträger eingeklebt und geschraubt und so haben wir eine ziemlich verwindungsfreie Karosserie und dann in Verbindung mit dem Möbelbau, den wir uns eben im 6.2er angeschaut haben, hast du eben dieses Phänomen, dass wir ein relativ ruhiges Auto haben. Ein Wohnmobil, was gar keine Geräusche macht, wir müssen ja immer noch bei der Wahrheit bleiben, also wir sind da schon gut unterwegs, aber ganz geräuschfrei geht nicht. Genau. Und hier sehe ich dann eben auch in den Einzelheiten, zum Beispiel die Heiz- und Klimatechnik, sehe ich gerade hier eine Schalttafel. Ja, das Auto steht jetzt noch mit ziemlich viel Gerödel voll, das kommt natürlich alles hier raus, hat man wahrscheinlich zum Zwischenlagern hier genommen. Dieses Auto ist übrigens auch fahrbereit, also er hat Motor und Getriebe, also der fährt hier aus eigener Kraft rein, das ist nicht nur eine leere Hülle, die man hier halt jetzt reinschiebt. Aber hier kannst du wirklich alles am Ende des Tages sehen, der ist eigentlich voll funktionsfähig, also Heizung funktioniert, hier geht die Wasseranlage, das ist alles voll funktionsfähig, das ist schon Jäck. Ja, ich hoffe, dir hat, ich sag mal, der kleine Rundgang mit den Impressionen rund um die Carthago-Welt gefallen. Natürlich gibt es noch viel mehr Sachen, die im Modelljahr 2022 erneuert worden sind, aber das sind oft halt nur kleine Nuancen, wir bringen dich jedes Jahr ein komplett neues Modell, das wäre auch nicht so prickelnd. Nur das Cabrio. Nur das Cabrio, das ist ganz, ganz toll, genau. Ich bin mal gespannt, wenn das morgen der Bestseller wird, dann muss ich mal mit der Produktion hier sprechen, auf die mal ein neues Band auflegen. Dann kommt auch doch noch der Swimmingpool mit dem Whirlpool zum Tragen. Wenn der auch noch kommt, dann haben wir neue Trends vorgelegt. Also von daher würde ich sagen, wir können jetzt hier, glaube ich, einfach mal das so im Raum stehen lassen. Berühmte letzte Worte von deiner Seite. Ja, berühmte letzte Worte von meiner Seite. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn die Besucher und die Zuschauer dieses Videos hier zum Carthago-Stand in Halle 16 oder am Malibu-Stand in Halle 15 vorbeischauen. Ich würde euch sehr, sehr gerne selber beraten. Achten Sie einfach nur auf die roten Schuhe. Das ist mein Markenzeichen. Auch die Verkäufer bei uns aus dem Haus tragen alle rote Schuhe, weil das haben wir uns einfach patentieren lassen. Daran können Sie uns relativ einfach erkennen. Oder fragen Sie am Infostand ganz einfach einen Verkaufsberater von Marien Caravaning. Ansonsten, wir haben seit gestern eine ganz, ganz neue Webseite. Auch die ist sehr informativ und innovativ. Da finden Sie uns unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marien Caravaning. Und ich würde Ihnen empfehlen, damit Sie zukünftig keinen Beitrag mehr verpassen, abonnieren Sie einfach den Kanal und aktivieren Sie das Glockensymbol. So, von meiner Seite aus Tschüss, Ihr Andreas Marien. Das war super. Vielen Dank. Also hat richtig Spaß gemacht. Wir machen auf jeden Fall die Runde mit dem Fahrzeug, mit einem oder dem anderen Fahrzeug und wir werden noch viel mehr von euch erfahren. Ich nehme dich beim Wort. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.